Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich werde in diesem Video zeigen, wie man eine Festplatte als Speicher an einer Fritzbox betreiben kann. Die Vorteile dafür liegen auf der Hand und zwar können alle Teilnehmer in dem Netzwerk zentral Daten ablegen und auch austauschen und man kann natürlich auch Daten dort ablegen, die man dann von anderen Geräten aus wieder benutzen kann. In einem weiteren Video, allerdings nicht in diesem Video, werde ich dann zeigen, wie man auch aus dem Internet heraus auf diese Festplatte zugreifen kann. Diese Anwendung, die wir hier sehen, nennt man NAS. NAS steht dabei für Network Attached Storage, an ein Netzwerk angebundenen Speicher. Dafür gibt es tatsächlich spezielle Geräte. Die Fritzboxen sind keine rein NAS-Geräte, allerdings kann man tatsächlich eine extern angeschlossene Festplatte als NAS benutzen. Das ist dann nicht ganz so schnell wie bei speziellen Geräten, aber es funktioniert doch recht gut. Man kann diese Funktion auch dahingehend verändern, dass man den internen Speicher der Fritzbox dafür benutzt. Der ist allerdings in der Regel sehr klein, das kommt also nicht wirklich ernsthaft in Frage. Der elektrische Anschluss der Festplatte an die Fritzbox ist sehr einfach. Wir sehen hier das USB-Kabel an dem USB-Port angeschlossen zu der Festplatte. Dabei muss es sich nicht unbedingt einmal um eine Festplatte handeln. Es kommen auch USB-Speicher dafür in Frage. Allerdings gibt es nur bestimmte Dateiformate, in denen die Festplatte oder der USB-Stick angelegt sein muss. Wir sehen hier die entsprechenden Formate. Die Angaben darüber sind nicht ganz gleich in der Literatur. Wir sehen hier die Angaben für die Fritzbox 7590, Stand Oktober 2021. Zu diesem Zeitpunkt ist es auch so, dass der extern angeschlossene Speicher maximal 4 TB Speichervolumen haben darf. Will man darüber hinausgehen und größere Platten benutzen, so muss man die entsprechend partitionieren. Darauf gehe ich aber hier nicht näher ein. Um die bereits angeschlossene Festplatte nun in Betrieb zu nehmen, muss man sich natürlich auf der Fritzbox einloggen. Ich verweise hier auf ein entsprechendes Video, in dem ich zeige, wie man diesen Einlogvorgang vornimmt. Man geht dann auf Heimnetz, dort auf USB-Speicher und auf Geräte und Heimnetzfreigabe. In aller Regel ist es dann so, dass in diesem Menü schon die entsprechende Festplatte auftaucht. In diesem Fall sehen wir noch den Zustand, in dem sie eingebunden wird. Das dauert eine gewisse Zeit. Es war bei mir jetzt so, dass nach dem Klicken auf Übernehmen dann die Festplatte tatsächlich sichtbar geworden ist. Wir werden das im nächsten Bild gleich sehen. Man sollte aber auch hier an Klicken für Index automatisch aktualisieren. Dadurch werden Arbeitsvorgänge auf der Festplatte stattfinden, die nachher das Suchen der Dateien auf der Festplatte erheblich beschleunigen. Das sollte man tatsächlich wahrnehmen, denn die Fritzbox ist keine NAS-Festplatte und daher nicht allzu schnell im NAS, so dass man also diese Beschleunigung, die hier mit verbunden ist, durchaus wahrnehmen sollte. Nachdem ich, wie vorhin schon gesagt, auf Übernehmen geklickt habe, wir sehen hier den Button noch, war es dann so, dass meine Festplatte tatsächlich auch erkannt war. Wir sehen hier entsprechende Daten über die Festplatte und an dieser Stelle taucht der Name der Festplatte auf, den sie ursprünglich mal bekommen hat. Ich könnte jetzt an dieser Stelle noch auf USB-Einstellungen wechseln. Ich werde das hier nicht näher zeigen. Dort ist es aber möglich, bestimmte Energiesparmodi einzustellen. Ich befinde mich immer noch im gleichen Menü, habe einfach heruntergescrollt und komme jetzt an die sogenannte Heimnetzfreigabe. Dort muss ich anklicken, dass der Zugriff über ein Netzlaufwerk aktiviert wird. An dieser Stelle kann ich meiner Festplatte nun einen Namen geben, mit dem sie später in meinem Betriebssystem, also zum Beispiel im Windows Explorer, sichtbar sein wird. Damit ist die Festplatte grundsätzlich auch schon einsetzbar und greifbar. Der ganze Vorgang ist also recht einfach. Ich werde nun im weiteren Verlauf des Videos zwei Varianten zeigen, mit denen ich auf die Festplatte nun zugreifen kann. Die erste Variante, die wir hier schon angedeutet sehen, ist etwas umständlicher. Sie hat aber den Vorteil, dass man sich jedes Mal neu einloggen muss, wenn man auf die Festplatte zugreifen möchte. Das ist natürlich sicherheitstechnisch gesehen ein Vorteil. Andererseits ist es natürlich ein Nachteil, weil dieser Vorgang jedes Mal wieder stattzufinden hat. Bei dieser Variante werde ich einfach den Windows Explorer starten und oben in diese Zeile backslash backslash fritz.nas eingeben. Vergessen Sie bitte die beiden Backspaces oder Backslashes nicht, denn dann landen Sie natürlich nicht auf der fritzbox. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich mit den üblichen Daten, mit dem Benutzernamen und dem Kennwort anzumelden. Und damit besteht gleichzeitig ein gewisser Schutz davor, dass andere Personen, die sich auch im Netzwerk befinden, auf diese Festplatte zugreifen können. Nach der Anmeldung wird die Festplatte nun sofort im Windows Explorer greifbar sein, hier über fritz.nas. Ich kann hier anklicken und werde die Dateistruktur der Festplatte vorfinden. Ich kann dort Daten ganz normal ablegen oder natürlich auch Daten auslesen. Der ganze Vorgang ist natürlich etwas langsamer, als wenn ich auf die eigene Festplatte im Rechner zugreife, denn das Ganze muss natürlich über die Netzwerkverbindung möglicherweise WLAN und über den Router bis zur Festplatte gelangen. Ich persönlich bin allerdings mit der Geschwindigkeit, die dabei realisiert wird, durchaus zufrieden. Im nächsten Schritt werde ich nun eine weitere Variante für den Zugriff vorstellen, die durchaus bequemer ist. Allerdings bedeutet die zweite Variante, dass ich eben keinen richtigen Schutz mehr habe vor dem Zugriff durch andere Benutzer des Netzwerkes und ich muss eine gewisse Vorarbeit leisten, die ich hier nun näher erläutern werde. Ich muss wieder den Windows Explorer starten über dieses Icon oder ich gebe gleichzeitig Windows-Taste und E ein, dann startet der Windows Explorer ebenfalls. Das Ganze wird jetzt darauf hinauslaufen, dass die NAS-Festplatte genauso sichtbar sein wird im Windows Explorer, wie zum Beispiel die eigene Festplatte im eigenen Computer. Um das zu realisieren, muss ein sogenanntes Netzlaufwerk verbunden werden. Dazu geht man im Windows Explorer auf dieser PC und auf Computer. Dann kann man an dieser Stelle auf Netzlaufwerk verbinden klicken, wodurch sich das hier gezeigte Menü öffnet. Ich kann nun für das Laufwerk, das ich hier einbinde, das sogenannte Netzlaufwerk, ein Buchstaben auswählen, in meinem Fall Z und anschließend auf Durchsuchen klicken, um nach der FRITZ!Box zu suchen. Wenn ich nun im Datei Explorer, im Windows Explorer auf FRITZ!Box klicke, an dieser Stelle, so werde ich wiederum aufgefordert, meine Benutzerdaten einzugeben. Das allerdings zum letzten Mal, denn wenn ich erst mal das Netzlaufwerk verbunden habe, werde ich über den Windows Explorer immer da, ohne dass ich die Daten eingebe, auf die NAS Festplatte zugreifen können. Das ist also der wesentliche Unterschied zu der zuerst gezeigten Variante. Ich muss nun einfach nur im Durchsuchen Menü die FRITZ!Box und die entsprechende Festplatte auswählen. Ist das geschehen, so muss ich nur noch auf Fertigstellen klicken und mein Netzlaufwerk wird verbunden. Wenn ich das Ganze nun durchgeführt habe und den Windows Explorer aber mal starte, so sehe ich an dieser Stelle, dass der Zugriff auf die Festplatte an der FRITZ!Box, so habe ich sie hier genannt, direkt möglich ist, genauso wie der Zugriff zum Beispiel auf meinen lokalen Datenträger der Festplatte in meinem Computer. Ja, das war's auch schon. Im nächsten Video werde ich zeigen, wie man aus dem Internet heraus an die Festplatte kommt, die an den Router angeschlossen ist. Abschließend möchte ich aber noch darauf hinweisen, dass das Ganze natürlich hier nicht unter Sicherheitsaspekten betrachtet wurde. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!